einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight killer line heute fürs drei schädelhändlerin sie verarschen kommt zurück so was muss ich machen ach ja genau fest während du das talent hebel ja überlebende ich hab die schädelhändlerin auf p1 geschafft ihr seht aber dafür habe ich keine blutpunkte mehr aber nicht so schlimm es ist nicht so schlimm gut kein map wunsch also immer mal landen läuft die aufnahme mikro läuft das sehr schön das geht los ja leck mir doch an die füße mann 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 erstmal hier oben eine runde da ja Was ist das? Hier war ein Haken, Nummer eins. So. So. Ihr macht's mir zu einfach. Zweiter. Was ist denn hier los? Ich setz einfach mal hier ne Drohne hin. Wem oder was renne ich denn hier hinterher? Ausle? Ich bin hier. 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 Ich hab meine Quest da nicht. Hätt ich gar nicht gedacht, was ich so schnell gehen. Und ich hab mich noch nicht einmal um meine generator gekümmert, ne? Mach mal hier auf. Mach es mal hier weg. Ich bin hier weg. Langweilig. Wo sind sie denn? Fein. Ach guck mal da. Ne, herzilein. Ja. Die falsche erwischt. Also. Ja fein. Wir haben immer noch keinen Generator fertig. Was ist denn hier los? Jetzt. Okay. Mach es mal hier kaputt. Und jetzt geht's noch runter. Du bist tot. Die Fliegenkatze mit. Die Trude. Was sind denn die anderen? Müssten ja demzufolge oben sein. Ah. Hallo. Ah. Ah. Die hat sie sterben lassen, okay. Jetzt reicht's. Du bist in der York, Schätzelein. Das Ding ist zu. Das hätt ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so läuft, so. Gut. Das Ding ist, was ist denn die andere? Ja. 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 Wie lässt sie sterben? Was ist denn mit den Survivoren los? Ich hab die auch nicht einmal gesehen, muss ich ehrlich sagen. Nicht ein einziges Mal. Ja. Ja. Ich muss runter. Ja. 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 Okay. Hä? Steht ihr irgendwo auf Korum? Na scheinbar War nicht mehr Ich habe ihn irgendwo auf Korum Aha. Der hat sich versteckt, dumme Sau. Die habe ich auch die ganze Runde über nicht einmal gesehen. Nicht ein einziges Mal. Das ist echt mies. Dann muss ich doch nicht anfangen zu spielen, wenn ich da... Naja, gut. Aber haben sie schön gemacht. Ist in Ordnung. Ich bin zufrieden mit meiner ersten Runde. 3.000 Punkte. Die hat wirklich nichts gemacht. Ein richtiger Stealth-Pirk. Ein richtiger Stealth-Pirk. Ich bin zufrieden mit meiner ersten Runde als Schädelhändlerin. Es war relativ einfach. Also... Ich habe mir das schlimmer vorgestellt, weil ich ja überhaupt nicht mit ihr klarkomme. Also ich wusste, wie ich mit ihr umgehen soll. Aber... Naja, dann ist es so. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Kill allein. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.